Guckt mal, was ich hier noch gefunden habe. Ich habe eben die Karte durchforscht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forschungsstation Alpha. Was ist das hier? Ah, ich ahne was. Huch! Hier ist Holz. Ganz viel Holz drumherum. Das ist cool. Wir müssen einen Weg hier rein finden. Hier ist aber zu. Irgendwie müssen wir doch hier rein... Halt! Nicht so hoch. Reinkommen. Achtung. Ah, hier sowas brauchen wir auch. Hier ist einer drin. Mein Beutel für Kochzutaten ist voll. Das macht aber nichts. Das kann ich essen. Äh... Ach, was denn nu? So, davon brauchen wir was. Das hat er auch gesagt, dass ich den... Das ist nicht das Richtige. Oh, ich habe nicht gescannt. Ich will mal gucken, aber hier wird es von der Seite keinen Zugang geben, ne? Das wäre ja ein Ding. Hier vielleicht. Nee, ist auch zu. Hier ist auch zu. Er kann nicht mehr scannen. Ich habe eben gedacht, deswegen habe ich ihn mal so gehauen. Ich mache was falsch. Er scannt einfach nicht. Was ist hier wieder los? Hier gibt es keinen Zugang. Leichen. Eine Grube? Äh. Wie kommen wir hier rein? Manche Sachen sind einfach. Soll ich hier noch nicht rein? Brauche ich erst dafür einen Auftrag? Ich weiß es nicht. Aber... Hä? Finde den Zweck des Zugangscodes heraus. Sie können aus einer C-Shops-Anlage südrechtlich des Lagerdepots Kilo stammen. Wo ist das denn jetzt wieder? Das Lagerdepot Kilo. Rückzug der Ahn. Treffen der Jäger. Die Zuflucht. Hä? Hier. Das ist doch... Das ist doch... Hier, das Lager haben wir noch nicht. Lagerdepot Kilo. Keine Ahnung, wo das jetzt sein soll. Jetzt habe ich gedacht... Jetzt kommen wir hier weiter. Jetzt habe ich mich wieder... Ja, toll. Feldlager Lima. Lagerdepot Kilo. Da ist ein Computer-Terminal. Hier oben ist noch was. Da ist auch noch ein Lager drunter versteckt. Aus einer C-Shops-Anlage südwestlich des Lagerdepots Kilo. Boah, Außenstelle. Ja, wo ist jetzt Süden und wo ist Westen? Ich... Weiß nicht, was sie meinen. Vielleicht das da? Wir reisen mal hin. Macht ja hier eh keinen Sinn. Boah, mir geht's gut. Nebenbei habe ich die eigene Spitzenherausforderung geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber es ist passiert. Und mein Beutel ist voll. Mit was auch immer. So. Ich müsste mir mal... Das ist das Lagerdepot Kilo. Sie können aus einer C-Shops-Anlage südwestlich des Lagerdepots Kilo stammen. Ich dachte, wir kriegen jetzt dort... Ich meine, das ist südwestlich, aber... Liegt da mal hin, ob da irgendein Hinweis ist. Hier ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. Ich brauche. Hier ist Holz irgendwo. Das habe ich geplündert. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier mache. Ich renne hier wieder sinnlos rum. Südwestlich des Lagerdepots Kilo. Kilo. Südwestlich. Das ist Forschungsstation Alpha. Das könnte schon sein. Das ist ja Gastanker Bravo. Hier ist nichts weiter. Hier ist nachher noch... ...was anderes. Hm. Ich kann höchstens mal gucken, was das hier ist, aber... Südwestlich. Ach so, hier. Westen. Südwestlich ist... Das ist hier unten. Das soll die Anlage sein, oder wie? Hm. Ich war hier schon nicht verkehrt. Aber wir fliegen mal zu dem Ding hin. Hoi! Hier ist noch Holz. Ja, mein Holz. Lass mich. Carol? Caroline? Da. Ja, ist doch gut. So, Carol. Das machen wir weg. Versuchen wir den zu machen. Hat sogar beim ersten Mal... Los, Carol! Ja! Das ist ja Vertraktis, das ja. Ich bin gespannt, was da ist. Wir müssen auch noch die Truhte suchen. Ich bin gespannt, was da ist. Hm. Hmm. Ja! muss ja irgendwas sein 52 meter hier ist los da sind ihre was ist hier er hat es wieder nicht richtig das markieren haut hier gar nicht hin naja ja du mich auch hier ist ein bunker immergrünstation das war's ich kann hier gar nichts machen zeigt ja auch nichts an dass wir irgendwas geht hier ist auch nichts drin wird auch nichts angezeigt immergrünstation dann werden wir mal das versteckte lager hier noch aufsuchen ja dann weiß ich bin ich am ende mit meinem latein ach das nehme ich auch wie viel holz haben wir eigentlich ja das brauchen wir karel ach komm mal her mädchen ach hier ist ja noch mehr holz fliegen wir ja 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 ich bin ja 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 ich bin Da ist er doch vor meiner Nase. Dichter Knochen. Den hab ich, glaub ich, nicht. Dichter Knochen hab ich in grün. Ich hab sowieso viel Scheiß. Weil ich nichts bau, ne? Da ist voll, guck. Das ist so zum Kotzen. Das macht keinen Spaß, wenn... Nein! Ja, toll. Davon brauch ich... Das kann ich liefern. Das brauch ich nicht unbedingt. Waffen. Ich hab doch da eine aus Versehen markiert. Jetzt seh ich die nicht mehr. Da. Obwohl, ist mir auch egal. Ich liefer mal. Ich muss einfach mit dir reden. Irgendwas Cleveres sagen. Ja, mach das. So, wir haben aber die Station. Damit haben wir hier einen Schnellreisepunkt. Und wir haben wieder Tag. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das war ein Satz mit X. Also südwestlich ist das hier schon. Das passt. Forschungsstation Alpha. Ich mach da mal eine Schnellreise hin. Ich bin gleich wieder da, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bin ich ja mal gespannt. Ob ich hier was finde. Vielleicht hab ich ja was übersehen. Mag ja sein, dass ich blind war. Oh, was denn nun wieder hier? Ja, da ballern schon wieder irgendwo welche. Da unten. Guck, da sind sie. Ach, warte mal. Hier sind die Sonne. Wir müssen mal gucken. Nein. 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 Sind nicht geeignet. Ich brauch Violette. Irgendwo hab ich. Ich muss doch hier. Ah, hier ist so ein Gitter. Das hab ich vorhin nicht gesehen. Ah, das geht kaputt. Äh, das war doch gar nicht kaputt. Das hat mich jetzt verwirrt. Aha. Jetzt sind wir unten. Anker, ich hab ihn gefunden. Den Ort, an dem die Bestien gehalten wurden. Willst du wirklich rein, ganz sicher? Adir sagte, dass es ein ganz furchtbarer Ort ist. Da werden nur schlechte Erinnerungen sein. Ja, genau das befürchte ich. Ich soll hier was machen mit? Ah. Ich hab ihn. Nee. Nee. hier ist nun munition die brauche ich nicht sonst ist hier nichts weiter ok ich sollte den sicherungskasten zerstören könnte den strom blockieren ach so da hinten das ist ja cool ich habe die wahl die wahl habe ich geht das auch hier durch ja ne ich erwarte hier was überraschendes bewütend aber sowas von da guck da der anlage riesig hier ein biolabor mit tierkäfigen funksignal zu schwach da kann ich das reparieren wie kommen wir hier rein hier hochklettern können guck und wieder runter und wieder runter hatte ich gesagt die tür ja ist zu und hier ist nix ne müssen wir erstmal hier weiter vielleicht gibt es ja dann einen hinweis hier kann ich hoch ich höre dich nicht mehr anker hier müssten funkrelais sein ich könnte versuchen sie wieder zu aktivieren oh 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 ah scheiß den dreck ich dachte ich schaffs noch ich schaffs nicht Geduld ach Mensch ich dachte er hört auf oh das ist doch wohl ein Witz hier du mach das ist nicht wichtig Falsche Bogen. Erstmal heilen wir. So. Und dann machen wir den. Das geht nicht immer gleich. Nicht, falls sich wer wundert, warum ich da immer erst so rumklicke. Verdammt. Bist du okay? Hatte er auch eine ID? Ja. Sehr komisch. Das hat bestimmt mit dem gesperrten Bereich im Erdgeschoss zu tun. Sei einfach vorsichtig. Gut. Sind wir in der nächsten Folge. Tschüss.